Jolo Pandoro, das glaube ich, willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder ARK. Nämlich, ich war letztens offscreen, habe ich mir ein paar Quests gemacht, damit ich ein paar Level habe. Ja, da müsst ihr wissen, mein Flugviel. Der Flyer ist gestorben, der arme Junge. Jetzt habe ich mir zwei neue geholt, nämlich Terra. Die ist Level 44, viel besser als der. Und, warte, wo ist der andere? Petra, Level 39. Beides war üblich, das ist mir jetzt eigentlich egal. Nachher habe ich mir eine Flinte gemacht, weil ich gestern so arg viel Eisen gesammelt habe. Das Mal habe ich mich gut vorbereitet. Ich habe jetzt mega viel Wasser dabei. Das habe ich dabei, was mein Ding. Ich zeige euch doch mal, wie viel ich jetzt noch habe. Zehn, wow. Ich hatte 100. Da lag er vor mir. Stehen mein ganzes Fleisch. Oh echt, jetzt habe ich alles gedacht, aus an Essen. Tja, dann müssen wir heute mit Rohmessen überlegen. Du, tue ich dir den Nachkampfschaden. Nächstes Level Gesundheit. Kommissar Rex, du gibst mich mal noch ganz kurz. Dein Leder ist sehr nett von dir. Nämlich habe ich hier einen Argentavis-Sattel. Oh Gott, 300. Oh nein. Nee, nee, nee. Kann ich das auch normal machen? Kein Schleif. Ja, jetzt habe ich doppelte Erfahrung. Jetzt heißt, ich muss jetzt hoffen, dass ich 300 Tino habe. Denn Argentavis ist ein viel besserer Flugtino. Und wenn ich direkt einen Sattel mitnehmen würde, wäre es natürlich schon von fort. Keratin. Der Tino oder Keratin, das ist eigentlich egal im Normalfall. Bisschen Leder. Also jetzt da wird immer noch das Ding hier gefertigt. Boah, als ob ich all mein Chitin verbraucht habe. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Nochmal ganz kurz, wieviel brauche ich? 250. Oh Gott. Das sind da noch neue Beeren drin. Ja, ein paar. Aber jemand von mir muss doch haben. Brattas, Brattinas. Drei ist ein Anfang. Leder mitnehmen. Kann man mitnehmen. Das ist schon mal kein paar Aronics. Ich muss jetzt mal auf Gesundheits gehen, du hast bestimmt. Ein wenig Leder, aber sonst nichts. Zwilli. Gesundheit. Also echt, jetzt habe ich so viel umgebracht und habe kein Stückchen Leder. Äh, ich meine... ich will nicht unter Hosen. Ich will nicht unter Hosen. Ich will nicht unter Hosen. Ey, ich lass gleich aus, ne? Hast du noch was, Kalle? Richtiges Opfer. Gesundheit. Wenn du noch hier das Opfer bist. Ja, du hast ein bisschen. Ja, feiner Junge, wow. Ey, geil, ne? Ja, dann hole ich jetzt erstmal den Hosen. Ja, du hast ein bisschen. Ja, feiner Junge, wow. ganz normal so ein Vieh. Fleisch habe ich dabei. Ne, natürlich nicht. Dann drin jetzt mal starten. Jetzt mache ich hier nochmal 57. Jetzt T-Rex. Da gibt's mir jetzt doch ein wenig Fleisch. Ah, da hast du noch ein bisschen Fünf Kreatin. Kann man mitnehmen. Hoffentlich bis jetzt nicht befüllt. Und jetzt heißt's. Okay, jetzt heißt's. Warte. Quäst in der Nähe des Valkans. Das heißt, dass es einfach geradeaus geht. Und mittendrin manchmal landen. Das ist jetzt richtig lang dauern, aber mir jetzt ist es viel unbegalt. Ich habe eine Bola. Ich habe Fernblas. Ich habe eine Flinte. Ich habe Wasser. Ich habe eigentlich alles, was man braucht. Oh Gott, der niedere Austausch ist ja viel schlechter als der von. Ja, unten drückt sich. Jetzt ist die ganze Ausdauer, falls ich noch nicht check. Und ja. Das hat ja so eine schlechte Ausdauer. Also ich muss zugeben. Ich muss zugeben. Ich habe. Ream. Ja Mann. Oh nein. Petsi. Teresinosaurus. Das ist nicht da. Also ich muss zugeben. Ich habe. Petry. Ich meine. Flyer habe ich. Jedes Level das er hatte. Nur in Dinkel gesteckt. Im Ausdauer. Verpissst du dich mal. Du. Du. Ford. Ist auch okay. Du. Du. Verslich. Du. und fachst du wirst das ich halt nicht drauf nehmen Frage Welt hat das ganz kurz mal in mein Spiel abgestürzt, kann mal jedem mal passieren das ist der Vulkan aus, jetzt muss ich kurz schauen du kannst noch so 50 Eisen mit mir da gibt es richtig gut Eisen nachher schädig noch mal Bock zu dem Berg da zu gehen links rechts von mir da gibt es eben diese Argentavis da vielleicht auch, aber ja da gibt es auf jeden Fall auch starke Tinos, deshalb das ist wahrscheinlich mits rein in den Vulkan da vorne ist das Eisennetz, wovon ich spreche oh hell no, ich weiss wie ich bin genau da ist mein letzter drauf gegangen oh Gott Terracom ich will nicht dass du auch noch stirbst hoch da hoch da das ist ein Argentavis Level 1 geil ich will dann auf jeden Fall mitnehmen weil der kann so viel Eisen tragen oh Gott schau mir dann nach der Quest auf jeden Fall also denn okay es sind also du 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 da kommt das verkauft es zu 28 krumm Aber ich glaube, das ist der Fall. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Jetzt hitt doch! Ich hasse mein Leben. Müsst ihr den Sehnschaft noch erzählt, nochmal anballern. Oh, ich bin so lost. Er muss landen. Zugriff. Ja. Nein, lass mir Petri null. Fall um! Ja, er liegt, er liegt, er liegt, er liegt. Ich hab kein Betäugungsmittel. Echt jetzt. Tare jetzt schon mal deine Basis. Chill doch deine kompletten Basis. Oh, ich kann das da auch levelen, aber egal. Warte. Du bist da. Dann wüsste ich, wenn ich hochgehe, wieder kommt Beton. Oh, so. Schlafsack. Schlafsack. Buller. 1500. Schlafen. 10%. 10%. Das ist sicher eins. Deshalb pass ich mein Leben. Und deshalb pass ich mein Leben. Ich muss meine Helligkeit ein bisschen näher stellen. Bringt das was? Ne. Ich hab's nicht rumbringt. Na gut. Na gut. Den Sattel hätte ich... Ich hab's nicht rumbringt. Jetzt wird der Olaf neutral. Der Stress. Hilf mir! Ich sehe nichts. Tera, du bist da. Wie hast du? Gleich 20%, aber ich hoffe, die Beeren reichen. Ich komme mal ganz kurz auf Dota Dex. Superl Kribble. Oh Gott, wie viel braucht es? 31 Minuten, das ist die ganze. Ich hasse mein Leben. Pause. Leute, mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Aufnahmen gar nicht gemacht habe. Viel Torpor. Es wird nicht reichen, ich weiß das. Noch mal kann ich ihn nicht abschliessen mit dem Fall. Boah, was machen wir jetzt? Das wird hundertprozentig nicht reichen. Wollen wir hoffen? Ein Holzfäckchen. Ein Holzfäckchen. Ein Holzfäckchen. Das kann halt wirklich doch reichen. Setz jetzt mal den Schnitt. Leute, das kommt richtig scheiße. Smootering-Bangstel kostet 8, ich habe 10. Ein bisschenzuotellischographic . . . Wie bist du, Petra? Ausstelle Nummer. Ganz kurz nach unten. Hol mir ein paar Wehren. Wartet mal, Leute, ich habe einen Trick. Schnell wieder hoch, schnell wieder hoch. Petra, hoch. Rettet aber nicht. Jetzt heißt es offen. Das ist nicht ein Gefängnis, ich heißt da können schlafen. Und mein Magenknocht, geil, Arschweide, Nummer. Ich hoffe, dass er nicht aufgewacht ist. Er ist nicht aufgewacht, schnell, 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 schnell. Er schafft es. Ich muss sogar ein paar neue Wehren holen. Oh hell no, oh scheisse. Schnell Staminatrink trinken, weil das gibt's. Großapfel. Er ist nicht aufgewacht. Er ist nicht aufgewacht. Entlüft, 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 ganz schnell, zweimal drücken, komm, das schaffst du. Ey, wenn er jetzt noch aufacht, also wirklich, dann habe ich ein Problem, wirklich, dann habe ich ein Problem mit dem Spiel, oh Gott, no, nein. Zählt eure Basis, ihr Hartz-IV-Empfänger? Jetzt rennt er doch in doofen Kis. Ich bin jetzt noch aufwachsen, es ist kurz davor. Ey, ihr seht ja recht schlecht aus, ich meine, sorry, aber es ist wirklich schlecht aus. Oh Gott, das sieht doch besser aus, besser, 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 ah, besser. Wenn er gekickt, aber ich glaube, ich werde das in zwei Folgen schneiden. Wenn ich es schaffe, dann gehe ich nochmal kurz Eisen fahren, richtig viel. Das ist der erste Teil, ciao.